Abfall an einer Sammelstelle abgeben Verschiedene Dinge, die wir im Alltag brauchen, müssen getrennt gesammelt und entsorgt werden. Manche davon kann man an den Quartiersammelstellen entsorgen, andere nur in den Entsorgungshöfen oder im Öko-Infomobil. Diese Dinge sammelt man getrennt, damit sie recycelt werden können. Dies sind Glas, Padgetränkeflaschen, Büchsen und Alu, Batterien sowie Plastik- und Kunststoffflaschen. Glas Was darf im Glas entsorgt werden? Dies sind Glasbehälter wie Flaschen, Gurken, Joghurt oder Konfitüregläser. Wie und wo? Nach Farbe, d.h. Weiss, Braun, Grün und Blau getrennte Entsorgung an den Quartiersammelstellen und in den Entsorgungshöfen. Was darf nicht im Glas entsorgt werden? Kristall- und Trinkgläser, Fenster- und Spiegelglas, Energiesparlampen, Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Keramik, Porzellan sowie Gläser, die nicht in die Öffnung der Sammelstellen passen. Diese Sachen können beim Öko-Infomobil abgegeben oder im Entsorgungshof entsorgt werden. Pet-Getränkeflaschen Pet-Getränkeflaschen Nur diejenigen, die klar erkennbar sind am Pet-Recycling-Logo. Wie und wo? Flasche flachdrücken und zur nächsten Sammelstelle im Quartier oder zum Entsorgungshof bringen. Man kann sie auch in einigen Geschäften abgeben. Diese haben meist im Eingangsbereich eigene Sammelstellen für Wertstoffe. Was gehört nicht in die Pet-Getränkeflaschensammlung? Dies sind alle Pet-Flaschen, die kein Pet-Recycling-Logo vorweisen. Zum Beispiel leere Öl-, Essig- und Kosmetikflaschen aus Pet und andere Kunststoffarten, alle die gehören in die Kunststoffflaschensammlung, in den Entsorgungshöfen oder können in manchen Geschäften abgegeben werden. Kunststoff- bzw. Plastikflaschen Was darf da entsorgt werden? Was gehört nicht in die Kunststoff- bzw. Plastikflaschensammlung, in den Entsorgungshöfen, im Öko-Infomobil oder in den Geschäften. Was gehört nicht in die Kunststoff- bzw. Plastikflaschensammlung? Pet-Getränkeflaschen gehören in die Pet-Sammlung, das heisst in die Verkaufsstellen, die Entsorgungshöfe oder in die Quartier-Entsorgungsstellensäule, die mit Pet angeschrieben ist. Zudem gehören nicht in die Kunststoff- und Plastikflaschensammlung jegliche Getränkekartons, Plastikbecher und Taschen, Folien, Fleisch-, Gemüse- und Früchteverpackungen, Füll- und Verpackungsmaterial sowie Styropor. Dies alles gehört in den Hauskirch. Ebenso werden Elektrogeräte separat entsorgt. Büchsen und Alu Was gehört in die Büchsen- und Alusammlung? Konservendosen, Getränkedosen, Weissblech- und Aluminiumdosen, Blechdeckel von Flaschen, Aluminiumtuben, sowie Tierfutter und Alugefrierschalen, Alufolie, Joghurtdeckel aus Aluminium und andere Aluteile. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Alurecyclingzeichen. Wie und wo Die Büchsen- und Alu-Dosen oder Büchsen- und Alu-Materialien müssen zusammengepresst werden und an den Sammelstellen in den Quartieren oder in den Entsorgungshöfen entsorgt werden. Was darf nicht in die Büchsen- und Alusammlung geraten? Spraydosen gehören zu den Sonderabfällen und müssen im Entsorgungshof abgegeben werden. Verbundmaterialien, wie zum Beispiel Alu-beschichtete Verpackungen, zum Beispiel Getränkekartons, gehören in den Hauskirch. Batterien Was darf in die Batteriensammlung? Alle möglichen Batterien. Und wo? In den Verkaufsstellen, Quartierentsorgungsstellen, im Öko-Infomobil oder Entsorgungshöfen kann man sie abgeben. Es gibt noch viele andere Abfallsorten. Wie und wo diese entsorgt werden, kann man im Entsorgungs-ABC oder auf der Webseite nachlesen. Wie geht's mit. Wie geht's mit. Vielen Dank.